Nachdenkseiten Die kritische Website Das Lied von der kommenden Dolchstoßlegende Von Leo Ensel Militärische Niederlagen müssen ideologisch verbrämt werden. Anders sind sie kaum zu ertragen. Stellt man es allerdings geschickt an, so kann man auch aus einer Niederlage eine Menge Kapital schlagen. In Kiew arbeitet man bereits daran. Es ist nicht die Frage ob, es ist nur noch die Frage wann sie kommen wird. Die neue Dolchstoßlegende. Und wer die Ohren spitzt, kann ihre Vorboten in zarten Ansätzen bereits jetzt vernehmen. Früher oder später wird, sollte der Ukraine-Krieg, was freilich nicht ausgeschlossen ist, nicht doch noch zu einem Europa-weiten, wenn nicht zum Dritten Weltkrieg eskalieren, zumindest ein Waffenstillstand geschlossen werden. Das Land, das sich dann noch Ukraine nennt, wird territorial erheblich geschrumpft sein. Nicht nur die Krim und der Donbass, beides Gebiete mit einer Bevölkerungsmehrheit, die Kiew nie geliebt hat und die es im Falle eines höchst unwahrscheinlichen Sieges vermutlich Richtung Osten vertreiben würde. Auch die südlichen Regionen Kherson und Zaporosche, im Worst Case bis einschließlich Odessa oder gar an die Grenze zu Moldau und Rumänien, wird sich Russland definitiv unter den Nagel gerissen haben. Die neue Berliner Mauer Zwischen der westlichen Rest-Ukraine und dem aufgeblähten Russland wird eine scharf bewaffnete Demarkationslinie, eine neue Berliner Mauer verlaufen, die die Blockkonfrontation des 21. Jahrhunderts markiert. Eine Bruchlinie, die, Samuel Huntington lässt grüßen, von Norden nach Süden zwischen Finnland, dem Baltikum und Polen auf der westlichen und Russland wie Belarus auf der östlichen Seite verlaufend, die Ukraine zerteilen wird. Die Rest-Ukraine wird entweder, eher unwahrscheinlich, tatsächlich Mitglied der NATO sein oder wahrscheinlicher, NATO-ähnliche bilaterale Verträge über Sicherheitsgarantien mit einer Reihe westlicher Staaten abgeschlossen haben. Mit einem Wort, die Ukraine wird das neue geteilte Deutschland im kommenden Zweiten Kalten Krieg sein. Ein Zustand, mit dem man sich in Kiew sollte dies zur westlichen Rest-Ukraine gehören, niemals abfinden wird. Jährliche Gedenkfeiern zum 24. Februar werden nicht nur dort, sondern in der gesamten EU an den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg und die Einverleibung ehemals zur Ukraine gehörender Gebiete erinnern. Und wie im Westdeutschland der 50er und 60er Jahre werden Parolen à la zweigeteilt niemals Dauerkonjunktur haben. Ziel wird sein, die Wunde möglichst lange offen zu halten. Fehlt nur noch die ideologische Begleitmusik und die ist schnell geliefert. Ein Griff in die historische Mottenkiste genügt. Russland hatte es bereits im 13. Jahrhundert im Abwehrkampf gegen die Mongolen vorgemacht. Ein Jahrhundert später zog 1389 Serbien mit der verlorenen Schlacht am Amselfeld gegen die Osmanen nach und dann war Polen als Christus unter den Völkern einige Jahrhunderte danach mehrfach an der Reihe. Stets ging es darum, das christliche Abendland vor den aus den endlosen Steppen des unzivilisierten Ostens vorrückenden barbarischen Horden zu retten. Und Europa, genau das ist der entscheidende Kern des Mythos, hatte es nie gedankt. Nun ist also die Ukraine dran. Die demokratische Ukraine vor Posten westlicher Werte und tapfere Verteidigerin der regelbasierten Weltordnung hat sich, so wird es bald Tönen für Europas Freiheit geopfert. Und der Westen sah Däumchen drehend zu. Die absehbaren Vorwürfe, der Westen habe die Ukraine zu spät und nicht ausreichend militärisch unterstützt, er habe es ihr untersagt, weitreichende Waffensysteme in der Tiefe russischen Terrans einzusetzen und keinen einzigen NATO-Soldaten geopfert. Schuld werden wahlweise Donald Trump, sollte er im November wieder zum US-Präsidenten gewählt werden, oder die Europäische Union ganz sicher aber das russlandfreundliche Deutschland sein, das, als die Gefahr noch abwendbar war, dem bedrohten Lande nichts als ein paar lumpige Helme zur Verfügung stellte. Die neue Dolchstoß-Legende wird sich lohnen. Sie wird nicht nur eigene Schuld kaschieren, immerhin führte Kiew bis zum russischen Überfall im Februar 2022, fast acht Jahre lang Krieg gegen die eigene Bevölkerung im Donbass, um die 13.000 Menschen starben, sie wird das ideale Erpressungsmittel sein, um das westliche schlechte Gewissen ad infinitum zu melken. Nun, so wird man lärmen, muss der Westen für das von ihm angerichtete Desaster wenigstens kräftig zahlen. In Gestalt EU hin des teuren Wiederaufbaus der Restukraine und NATO her von noch teureren endlosen Waffendieferungen für den neuen Frontstaat. Die List der Vernunft Aber vielleicht gibt es ja doch so etwas wie die Hegel'sche List der Vernunft. Vielleicht könnte die Ideologie diesmal sogar etwas zum Guten wenden. Vielleicht, es wäre ein Salto-Finale der Geschichte, die kommende Dolchstoß-Legende einen Waffenstillstand ja überhaupt erst ermöglichen. Der Publizist Florian Rötzer hat kürzlich auf der Plattform Overton ein aufregendes Gedankenexperiment angestellt. Könnte es vielleicht sein, dass der ukrainische Noch-Präsident Volodymyr Zelenskyy, der gerade in der westlichen Welt mit einem sogenannten Siegesplan hausieren geht, der so fernab aller Realität ist, dass einem die Haare zu Berge stehen und für den er von Biden über Harris bis Trump nichts als Absagen kassierte, dass Zelenskyy diesen Plan nicht etwa präsentiert, um ihn umzusetzen, sondern damit er scheitert? Nach dem Motto, ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie ablehnen können, nein, sollen? Florian Rötzer, Zitat Ein Grund, warum Zelenskyy trotzdem mit unrealistischen Forderungen auftritt und weiter auf militärischen Sieg setzt, könnte darin bestehen, dass er dann, wenn er einen Waffenstillstand eingehen und Friedensverhandlungen beginnen muss, auf die Unterstützerstaaten zeigen kann, die nicht ausreichend Hilfe gewährt haben und er gezwungen sei, dies zu tun. Verräter wäre dann die NATO, die die Ukraine im Stich gelassen habe, aber nicht seine Regierung. Für die wäre es fatal, wenn die Verhandlungen zu einem ähnlichen Ergebnis wie die kämen, die Zelenskyy vermutlich auf Druck oder Anraten von Boris Johnson und Washington abgebrochen hatte. Das würde die Ukrainer gegen ihn aufbringen, die nicht für den Krieg waren und dann sagen werden, wofür war das alles gut? Zitat Ende Kurz, die kommende Dolchstoßlegende mit der Schuldzuweisung an den Westen wäre demnach für Zelenskyy, sollte er ein Ende der Kampfhandlungen tatsächlich anstreben, ein raffinierter Trick vor allem gegenüber den zehntausenden schwer bewaffneten rechtsradikalen Bandera-Kriegern nicht als Verräter dazustehen. Vielleicht könnte er ja so noch den Kopf aus der Schlinge ziehen, bevor die eigenen Leute ihn erhängt haben. Es wäre nicht das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass man nicht etwa mit Moral, sondern mit der Unmoral etwas zum Besseren gewendet hätte. Dieser Text ist zuerst bei Global Bridge erschienen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.